Herzlich Willkommen im Ristorante La Deutsche Vita. Bei uns werden Sie sich wie im Urlaub fühlen. Dafür sorgt unser Inhaber, der seit 1999 als Gastronom tätig ist und genau weiß, wie man unsere Gäste verwöhnt. In unserem gemütlichen Restaurant wird Alamama gekocht. Unsere Gerichte sprechen für sich. Es werden nach sizilianischen Rezepten hervorragende Speisen zubereitet. Die frischen Produkte und typisch italienischen Kräuter, die in unserer Küche zum Einsatz kommen, verstärken nur die Empfindung, einen Tag in Italien zu verbringen. Viele saisonale Angebote finden Sie ebenfalls auf unserer Karte. Wir sind sicher, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ob Antipasti Speziale, mediterrane, am Tisch filetierte Fischgerichte, leckere Pastagerichte oder wechselnde saisonale Angebote. Zu den Gerichten werden Weine aus Sizilien und ganz Italien serviert, die mit dem Essen harmonieren. Haben Sie Fragen zu den einzelnen Speisen? Unser freundlicher Service berät Sie gern. Das La Deutsche Vita ist ein perfekter Ort für romantische Abende, Lunch mit Freunden, Meetings oder Familientreffen. Genießen Sie das gute Essen in unserem Haus. Das Team von La Deutsche Vita freut sich schon auf Ihren Besuch. Musik